Baby, magst du einen Schokokuchen? Nein. Okay. Du Schatz, du musst fernschauen. Nein. Okay. Ich koche dann was. Magst du was haben? Nein. Baby, komm, geh mal spazieren. Nein. Jerold, magst du einen Eis? Nein. Mann oder Waffel? Nein. Nein. Eis? Nein. Okay. Jetzt mach ich mir Sorgen. Sag einmal, was ist mit dir? Bist du krank? Hast du Fieber? Hast du Corona? Nein. Geh weg. 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 Musik Musik Baby, 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 ich bin wieder da. Na, was ist jetzt? Hast du was gekocht? Gibt es ein Eis, gibt es eine Waffe? Du magst spazieren gehen? Kannst du gerne machen, lass dir Zeit, genieße es draußen, es ist wunderschön, ich schau in der Zwischenzeit ein bisschen fern. Musik Sag einmal, wie geht es dir? Sehr gut, es geht mir hervorragend. Wo warst du denn? Luft schnappen. Was für Luft hast du geschnappt? Ich war, ich habe, Stadionluft habe ich geschnappt. Du bist jetzt, du bist zum Stadion gefahren. Ja, sicher, aber ja, wieso, wieso nicht? Hey, wir haben gesagt, nur lebensnotwendige Fahrten. Das war eine lebensnotwendige Fahrt. Ja, schon. Das ist ein Huscher. Nein, habe ich nicht, genau davon haben es geredet. Und alle Fußballfans wissen, wovon ich rede. Dieses Video widme ich allen Fußballfans, egal zu welchem Verein sie halten. Da zählen alle dazu. Ab Mira, Sturm, Lask, Dortmund, Barcelona, Liverpool, Austria, Salzburg, es spielt keine Rolle. Wir alle brauchen den Fußball und er wird wiederkommen. Ralf, du bist so eine Rampensau. Ja, und die Ultras werden mich hauen. Und die Ultras werden mich hauen. Vielen Dank.